Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ganz kurz, heute wirklich ganz kurz. Weil wir sind wirklich in Vollstress wegen der Motor Show in Essen. Wir haben dieses Jahr zwei Stände. Wir haben einen Stand in der Halle 7, ziemlich mittig in der Nähe von H&R und einen Stand zusammen mit der Firma Pure Energy. Dort werden wir einen Lamborghini Urus in Roberto Gersinni Design vorstellen. Und den 69er Ford Mustang als Breitbau. Flach, breit. Das ist wirklich ein einmaliger Hingucker. Viele haben das schon bei JP im Video gesehen, wo er bei uns war. Auf jeden Fall lasst uns gucken was bei uns in der Werkstatt abgeht. Sieht ziemlich gefährlich aus und chaotisch. Wir haben nur einen Tag und ich habe Angst nach unten zu gehen. Weil wir echt viel stressen. Wir machen das schnell. Heute ist Mittwoch. 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 Das ist mein Rolls-Royce. Fast fertig. Fast. Ich lass es so. Sieht so ein bisschen sportlich aus. Anders. Nein Spaß. Wir kriegen gleich die Teile noch vom Lackierer und da werden wir das alles noch installieren. Ja. Mach es weiter. Hier ist die hier ist ein Auto von Will's Company. Ja. Da haben wir unsere White Body Kit von uns montiert. Ja. Der steht in der Halle. Weißt du haben wo Will's Company ist? In der Halle bei Will's Company. Ja. Auf dem Machen wir schon essen. Ich weiß jetzt nicht. Wir gehen ein bisschen durch. Guck mal wie schön das alles ist. Guck mal. Das ist noch ein bisschen hier. Der hat mit den Fingern gefasst. Also wirklich schön. Das Auto ist wirklich schön. Kommt vorbei. Guck dir das an. Entschuldigung. Das ist ein Buch. Oh. Also mit dem ich fertig bin. Mit dem ich umbringe. Ja. Ihr wisst Bescheid. Ja. Auf jeden Fall können wir es aber auch noch fertig machen. Ähm. Ja. Hier sind wir auch noch nicht fertig. Hier haben wir erst die Verbreiterung draufgeklebt und so weiter. Äh. Aber das zeigen wir nicht so viel. Ja. Weil sonst ist das keine Überraschung. Ja. Ein 69er Ford Mustang. Der ist schon aufgeladen glaube ich auf dem Hänger. Kann das sein? Ja. Ja. Der ist schon aufgeladen und ähm. Ja. Bereit. Start. Start. Klar. Ähm. Was haben wir noch auf der Motor Show in Essen? Den Porsche 394 60 von uns. Einen Porsche Panamera. Der Bus. Äh. Die V-Klasse Schitter. Mobiles Company. Das ist jetzt ein Projekt vom JP Performance. Dann haben wir Reus Reus. Ja. Ja. Unseren Reus Reus. Und den Urus in Roberto Gasini. Äh. Design. Und auf jeden Fall. Ne. Auf jeden Fall. Bei. Äh. Wir haben was Geheimes gebaut. Was viele wissen. Äh. Für die Firma JP. Äh. Und. Das werden wir auf der Motor Show in Essen zeigen. Leute. Seid gespannt. Äh. Ehrlich. Das ist richtig. Richtig geil geworden. Ne. Also. Ich darf nicht verraten was das ist. Aber. Wirklich. Wirklich. Kommt vorbei. Wirklich. Das ist. Was richtig einmaliges. Und bisher. Bis jetzt. Gab es sowas noch nicht. Ne. Deswegen. Kommt vorbei. Ich freue mich. Bis. Freitag. Denn. In zwei Tagen. Auf jeden Fall. Äh. Bis Freitag. Ich bin ein ganzes Wochenende. Äh. Auch selber da. Über die Woche muss ich ein bisschen aufholen. Von Las Vegas ist ein bisschen übergeblieben. Äh. An Arbeit. Dann war ich in China. Bin selber gestern um 8 Uhr gelandet. Nach 24 Stunden. Ähm. Gesamtflug. Ja. Ähm. Deswegen bin ich ein bisschen fix und fertig. Aber ich bin am Wochenende da. Wenn mich da eintreffen möchte. Wer auch immer. Ich bin da. Ja. Auf jeden Fall. Entweder bei uns am Stand. Direkt am Hauen. Ja. Weißt du jemand die Standtummer? Auf jeden Fall blenden wir ein. Und äh. Bei PUR ENERGY. Ne. Kommt vorbei. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao. Bis dann.